Hinter unserem Bauchnabel passiert einiges ziemlich unfassbares. Einiges, was uns sehr viel helfen kann, uns gesünder oder wohler, zufriedener zu fühlen. Dinge, die wir völlig falsch verstehen, zum Beispiel, viele denken, der Magen grummelt, weil sie Hunger haben oder sitzen falsch auf dem Klo, kennen gar nicht diese Bakterien und was die alles in unserem Darm überhaupt für uns tun. Und da ein bisschen mehr drüber zu wissen, kann eigentlich nur dazu führen, dass man den Darm nicht mehr peinlich findet, sondern ihn am Ende vielleicht genauso sehr lieb wie ich. Viele Leute schämen sich total, über ihren Darm zu reden und das verstehe ich auch wirklich. Wenn man ihn aber besser kennt, sieht man, dass es eigentlich ein sehr fleißiges Organ ist, was unglaublich viel Verantwortung für uns übernimmt und auch sehr sensibel darauf reagiert, wie wir uns zum Beispiel gerade fühlen. Ein Beispiel ist einfach dieses Magengrummeln. Das findet man oft sehr unangenehm und denkt, es kommt von Hunger. In Wirklichkeit nutzt aber einfach nur unser Magen und Dünndarm die Zeit zwischen den Mahlzeiten, um mal ordentlich alles zu putzen und sich selber zu reinigen. Alles, was in unserem Bauch passiert, ist so wahnsinnig unbewusst. Wenn wir ein Stück Torte essen, kriegen wir noch mit, wir schmecken sie, wir fühlen, wie sie sich anfühlt. Beim Schlucken erleben wir noch und hier ziemlich genau ab dem Punkt, paff, ist sie einfach weg. Wir merken nicht, dass der Magen sie hin und her schaukelt, dass es im Dünndarm zerhackt und zerkleinert wird, bis es einfach durch die Wände in unser Blut aufgenommen werden kann. Und im Dickdarm kommen dann nur noch die Reste an, mit denen wir eigentlich gar nichts mehr anfangen können. Über unseren Darm können wir den ganzen Körper besser kennenlernen. Das fängt an bei Fragen wie, wie kann ich auf ein Brötchen oder einem Stück Tofu die Energie holen, um meine ganzen Zellen zu versorgen. Und geht weiter bei Fragen wie, warum sind manche Leute laktoseuntolerant, wie geht Kacken. Bis hin zu Sachen wie, wie kann mein Bauch und mein Darm meine Psyche beeinflussen und darauf wirken, wie ich mich heute und jetzt gerade fühle. Was mich völlig vom Hocker geputzt hat, war, als ich diese ganzen Darmbakterien dann kennengelernt habe und gemerkt habe, das ist wie eine kleine eigene Welt mitten in unserem Bauch. Die trainieren da unser Immunsystem, sitzen da, essen von unserem Essen und stellen ganz wichtige Stoffe für uns her. Wir sehen die jetzt nicht mehr nur als Wesen, die irgendwelche Krankheiten verursachen können, sondern zum Beispiel auch die Möglichkeiten, sich mit Fröhlichkeit anzustecken oder sich über irgendwas Hoffnung einzufangen. Ich habe mich in das unbeliebteste, merkwürdig aussehendste Organ verliebt und ich finde auch heute noch zu Recht. Ich bin Wah-ObsDE gutstanden, wenn ich es nicht mehr sch thiuchsIEhe. Ich bin wahdlich, ich meine ersten Haare-Insträte. Ich bin wahdlich, ich bin wahdlich, ich bin wahdlich, ich bin wahdlich ... Das Problem meiner ihrinyasten wurde.